Hallo Leute und Herzlich Willkommen zurück zu Cranked. Ha jetzt habe ich mal nicht Quake gesagt, denn ich möchte immer Quake sagen. Denn das alles hier erinnert mich ein bisschen an Quake. Keine Ahnung warum, einfach wegen Cranked, Cranked und so weiter und so fort. Block schlagt er mich einfach. Warum sind hier so viele? Oh Mann. Ja, ich möchte mal gucken wie ich so im müden Zustand spielen kann. Was heißt im müden Zustand denn? Ich sollte eigentlich schlafen, aber egal. Ich nehme noch eine Runde auf. Yolo. Ich kann auch hier gucken. Ah ja, da. Ach okay. Tja was willst du nun? Wuaua. Ey willst du mich eigentlich nass? Achso, okay. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut... Gut, 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 gut. ich glaube eine runde geht zehn minuten lang mal gucken ob ich eine runde überleben kann ich habe nur noch 14 sekunden nein warum gehen alle immer nur auf mich man ich hasse ich hasse es wenn so richtig viele auf einem haufen sind dann töten sie sich alle immer gegenseitig ich kriege auch nichts tot was ist das liegt vielleicht daran dass ich fast ein bin oh Gott da nötchen mir einer die trinkst wenig palm in your face bitch loll kommt da noch einer von hinten ja genau genau hat er mir einfach den kehrt nein was wie uncool sagt ihr echt das ist uncool genau was hat er denn versucht ich habe gerade mal fünf kills während andere schon 13 haben ja vor allem nur ich glaube ich bin wieder neben dem mikrofon aber egal soll es heute mal so sein aber aber nein da schon wieder jemand mit dem bogen unterwegs was mich richtig abfuckt sind die bogen leute die können einfach aus jeder entfernung drauf schießen und versauen einem einfach alles meine ich jetzt einfach mal so gut so jetzt ja geil der kommt auf mich zu und ich schlage ihn und ich schlage ihn und ich schlage ihn und ich schlage ihn und er hat nicht den boden gerührt genau was ist mit dem kaputt was will der denn wo trifft er mich trifft das höchste sind nur zwölf wo ich bin mit allen meinen achten gar nicht mal so schlecht dran lol Nein was ist das denn fürn kills dealer es ist meiner lol 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 was schweig da einfach in der luft was schwit einfach in der luft einfach in der luft einfach in der luft doch ich glaube ich so oft okay 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 das war naja uncool würde ich jetzt einfach mal sagen das ist der typ der vorne in der luft geflogen ist was das denn für ein killstealer was will der denn okay ich mache ich mache ja manchmal selber einen auf killstealer aber hallo hallo das war so uncool kommt der einfach von der seite reingeschissen da werde ich auch ein bisschen wacher dabei ich freue mich freue mich nur hallo haben in your face bitch lol nein kannst du es mal kannst mich echt mal was ist denn mit dem was willst du eigentlich ha 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 genau was hat mich jetzt schon wieder getötet genau der steckt einfach mal in der wand drin was willst du eigentlich du erst lol 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 der wurde zu münchen haha ja okay der hat der erste hat 25 wo ich bin immer noch krankt wie uncool legt euch nicht auf einen battle mit mir ein und ich explodiere einfach um nicht explodiert ich hatte null punkte mehr ich hatte wirklich null punkte mehr ich muss mir einfach weg geflogen bin ja was ja das war viel das waren viele kills ja mal gucken ob ich noch schnell in eine lobby rein kann wir einfach so ein lobby wo recht viele leute tritt von drin sind rei r die unkul wo er die ist ja auch schon am abend ich darf das darf so schlecht sein dr utah in warum wird jeder ganzezeit angezeigt dass indem das läuft ja eben� im In-Game-Lan. Ist bestimmt das Wasser. Gar nicht. Äh, ja. Irgendwas wollte ich doch noch in dieser Runde besprechen. Irgendein Thema wollte ich doch noch ansprechen. Ah ja, stimmt. Über neue Projekte habe ich, glaube ich, noch nicht Bescheid gesagt. Äh, ich glaube nicht, dass ich an Weihnachten da bin. Das habe ich vielleicht schon irgendwann mal angedeutet, dass ich in Weihnachten nicht da bin. An Weihnachten, nicht in Weihnachten, sondern an Weihnachten bin ich nicht da. Da bin ich... nicht da. Ha, ha. Äh, ja, und dann... Äh... Ja, bin ich... Hatte ich da mal mit der Schärschelten Videos geben. Lol. Wie einfach... Du bist ein Ficker. Du bist ein Ficker. Ne. Ne. Wie... Nein. 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 Was ist... das denn für einer? Hahaha. Ein Frusteluft gekillt. Muh. Ja genau, was weiß ich denn mit dir? Lass dich gar nicht auf den einen. Lol. Lol. Killstealer. Genau, du kannst nix. Du kannst nix. Du kannst nix. Das ist elender Camper. Steht da oben. Macht einen auf. Haha, ihr kommt nicht an mich ran. Ihr kommt nicht an mich ran. Ihr kommt überhaupt nicht an mich ran. Wow. 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 Der hat mich durch den Baum getroffen. Das hat mich durch den Baum getroffen. Das hat mich an den Hangar. Gibt es runter. Bei so richtigen Assi-Campern werde ich aggressiv. Und mit aggressiv meine ich auch aggressiv. Ne? Kennst mich doch. Spacko. Spüre, die macht meine Internetleitung. Lol. Das waren zwei. Lol. Lololololol. Lolololol. Nein, du triffst mich nicht noch einmal. Äh, was? So, gut. Okay, 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 okay. Crank Mode activated. Boop. Warum renne ich eigentlich immer den Leuten hinterher? Lol. Einfach hier runter. Stoppen. Wurde durch ihn durchgebackt Okay, das wird hier die Loll-Runde Look of Legends Hier ist einfach niemand Oh, da hat er nicht den Boden Ich liebe es einfach, die Leute zu töten Auf dich lasse ich mich gar nicht ein Nein, nein Weh, du gehst nur auf mich Nein, nein, du bist ein mieser Ey, das war richtig, richtig unnötig If they ain't teaming, then I'm going to fuck my mom Ne, die haben nicht geteamed zum Glück Haben sich ja noch am Ende gegenseitig bekämpft Und du bist ein kleiner Mutterficker Loll, hab ich den Kill jetzt bekommen oder nicht? Ich glaub nicht Loll Kannst du auch verrecken gehen Aha Äh, okay Hier, du kommst da raus Du kommst da raus Du kommst da raus Alter, hittet der mich einfach zweimal, während ich in der Luft bin Pam, meiner Oh ja, ich bin jetzt richtig uncool Geil, Omatico Bombastikon Äh, was war Achso, okay Der ist einfach explodiert Okay So, yeah Loll Einfach zwei Was ist man? Ich mein Du bist mich eigentlich verarschen Und du erst recht Komm hier ran Spüre die Macht meiner Internetleitung Du scheiß Faker, du Nicht Vintage Beef Wie heißt der? Etho Ethoslap Wo, 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 wo sind Typen? Ich kann ja doch nicht einfach entlang Ohne, dass da Typen sind Das waren zwei Loll 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 Aha, da ist ein Pfeilespammer Pfeiles, ja Ich hasse Typen, die einen auf MG machen und sagen Ja, ich bin skilled, weil ich sehr viele Kills mache und unfair bin Du noch einmal und dann Hier da oben, du Hier da Ja, lol, kam da unten nochmal einer hin Ne, könnt nicht beide mal Lol 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 Die Lolrunde Haha Wie schon vorhin angesprochen Haha Einfach nur auf den hier gehen Der wurde schon mal angehittet Ja, ich spiele jetzt einfach auf Killstealer, Lolrunde und so Nein, der trifft mich noch einmal und ich bin tot Der hat mich zwar noch getroffen, aber ich hab irgendwie Health Regenerated und so Dick schnapp ich mir Dick schnapp ich mir Alter, alter, was trifft mich, was trifft mich, was trifft mich Nein, 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 nein Verwattert den! Na egal, dann würde ich einfach mal sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, haut raus! Tschüss! Das war so uncool...